Was ist der Tor? Haha, ich hab's mir gedacht. Also, man kann davon werfen, wenn man gefoult wurde. Und man hat eine Chance, und man hat eine riesengroße Chance, ein Tor zu werfen. Er kommt, wenn jemand gefoult wurde, und dann darf er einen antäuschen oder zweimal antäuschen und dann wirft er. Ja, und ihn darf halt keiner angreifen. Wenn man halt das Tor trifft, dann gibt's einen Punkt. Ich weiß jetzt nicht jeder mehr. Und der Wurf ist von einer Linie zwischen den Sechser und den Neuner. Der Wurf